Es ist unklug, sich mit so viel anzulegen, glaube ich. Meine persönliche Meinung, aber ich bin beziehungsweise, dass es nicht blau ist. Die Katapulte müssen weg. Gut. Die Katapulte müssen weg. Die Katapulte müssen weg. Ich weiß nicht, dass es besonders beteuert ist. Ich hoffe mehr. Das weiß ich noch nicht. Schade. Schade. Ich hoffe darauf, dass ich endlich mal gelb angreift, damit ich noch einen Gegner habe. Wie kann ich helfen? Schade. 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 Das kommt einem so langsam vor, oder, wenn man so schnell gestiegen hat gerade. Wir machen das schon. Irgendwann muss das Geld auch was machen. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Das größte Problem ist, dass er überhaupt nichts mehr macht. Er bildet Truppen aus und greift nicht an. Zumindest nicht richtig. Macht immer nur so ein Geplänkel Mist. Wenn es noch länger dauert, dann habe ich irgendwann die maximale Armeegröße erreicht. Ich weiß aber nicht, wie hoch die ist. 365, okay, ich wollte sagen, 360 ist wahrscheinlich das Maximum. Das ist ein erträglicher Auferlust. Speichern! Wer kann nicht klassisch? Er hat auf jeden Fall weniger Katapulte. Er hat nämlich nur zwei, die eine kleine Burg hat. Er hat auch nur zwei Türme. Ach komm, die nehmen wir noch mit Ach, er quackt mich eh an Fangen wir erst mal den Eingriff ab Viel Spaß dabei Gut, das waren schon mal die Baumeister Ach komm komm, die gehen, die haben keine Sons Ach komm, die gehen, die haben keine Sons Das sieht doch gleich richtig übel aus. Oh, da ist ein Vorbild bei uns komplett gegangen. Aber auch nicht so böse. Das war's dann wieder. Eine Nachricht vom Wolf könnte mir vielleicht irgendwer diese Pestbeule vom Hals schaffen. Immer noch über 200. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my lord. Attacke! Oh, da sind die Bogen schützen oben. Die sollten kein Problem sein. Ein erträglicher Auffallist. Ein erträglicher Auffallist. Wir haben dich. Ein Paracetat. Eine Nachricht vom Wolf. Seid ich euch tatsächlich unterschätzt. Er fliegt an meinem Bogen schützen, ob der mich unterschätzt wird. Die fallen wie die Fliegen. Von 80 Leute verloren. Und was soll der verloren? Fast gar nicht. Vor einem Angriff hat das... Vor einem Angriff hat das... Es hat überhaupt keinen Sinn anzugreifen. Das ist so... So nervig eigentlich. Weil ich... Fühl mich so machtlos. Weil ich einfach warten muss. Eine Nachricht vom Wolf. Ein Schwächling wie ihr. Sollte keine Armee führen. Es werden Rekruten benötigt. Unsere Schatzkammer leert sich. Ihr verwöhnt uns, mein Gott. Naja, das lautet mir irgendwann weg. Man schaut's gar nicht so rein. Wird eben nicht das wohl aus. Gibt es nicht für alles zu tun, dass ihr das Gold fandet mit. Balliste, bereit, my lord. Balliste, Belagerungsgeräte. Eine Pause tut gut. Gebt uns eine Aufgabe. Wie können wir helfen? Baut die neue. Konstruieren Belagerungsgeräte. Wir haben den. Er hat echt auf meine Reitern abgesehen, anscheinend. Wir haben den richtigen Spiel, das ist natürlich nicht geeignet, diese Geschwindigkeit. Das Warten ist eigentlich am schlimmsten im Stronghold, finde ich, dass du teilweise ewig lang braust, bis du stark genug bist für irgendwas. Die letzten Missionen könnt ihr euch darauf einstellen. Mehrere Stunden werden die dauern. Es wird nicht schneller gehen, weil die Gegner einfach dementsprechende Kampfvorteile haben. Oh, gut gemacht, Leute. Greift nicht gelb an. Nö, schade. Oh, das wäre so toll. Er muss nur einen Eingriff machen, dann kann ich ihn überrennen. Eure Beliebtheit sinkt. Na, mir doch egal. Aber danke für den Hinweis. Wenn ich das Brot da sehe, hätte ich jetzt auch voll Bock auf ein richtig frisch gebackenes Brot. Ganz frisch aus dem Ofen. Noch dampfen. Ballisten, eine Pause, ein erträglicher Aufverlust. Konstruieren Belagerungsgeräte. Wir haben Licht. Ich habe hier gerade hergestellt, dass ich mich wieder so gleich wieder kaputt gemacht habe. Wenn mir noch lange Freude bringen. So, noch ein bisschen Brot weg. Irgendwer wird sich da richtig drüber freuen, dass wir so viel Essen verkaufen, glaube ich. Wahrscheinlich können wir die Sölder nicht direkt mit Brot bezahlen, wäre es nicht einfacher. Dass so ein Reiter zehn Brote kostet. Kommt das hin? Okay, so ein Reiter kostet 20 Brote. Hm, ich dachte, ich habe etwas gehört. Das ist schon 215 und Orange wird uns gleich wieder angreifen. Das war jetzt geschissen. Ah, okay, ich dachte, ich habe etwas geschissen, wenn ich nicht. Ey, was? Ist das ein Witz? Ist das ein Witz? Ist das ein Witz? Da wäre ich die halt hier unten? Das ist doch ein Witz. Das ist doch wohl ein Witz. Ich weiß, wie lange es schon läuft. Ich habe die Witz gekriegt. Das ist doch wohl ein Witz. Ich weiß, wie lange das schon läuft. Ich habe die Witz gekriegt. Oh, wow! Oh, genau. Ich habe die Witz in der Witz! Jetzt muss ich mir so… Erstmals, du stinkst doch garanziert die ganze Zeit. Und dann… Sölfst du ja auch noch in dem Zeug, wenn nicht der Feind direkt tötet. es werden rekruten benötigt es ist aber auch so dämlich und rennt immer wieder rein klar ich sag's ihnen aber wir sind gesunder menschenverstand würde nicht schaden keine veränderung in der schatzkammer mein lord lassen mich zwar relativ in ruhe aber ich komme auch nicht vorwärts das sind solche missionen wurde halt ewig viel sitz vielleicht wenn es euch zu lange dauert ihr könnt gerne ein bisschen gucken wie es in den nächsten folgen so aussieht ihr wenn dann die folge irgendwann mal anders heißt bei dem ist okay wenn er reinreitet die benötigen gold ein erträglicher verlust da kommt grad wieder orange schreibt an dann geht's Vielen Dank.